Das ist nicht eine schlechte Idee. Du hast wirklich wirklich erinnert. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder nicht. Ich kann es nicht einstufen. So. Gestern ist durch eine Short-Aufnahme das komplette Bild groß geworden. Also die Kamera. Deswegen musste ich jetzt mal eben kurz prüfen, ob das immer noch so ist. Aber war nicht. Okay, reisen wir hier rüber. Ich weiß nicht, ob wir hier rüberkommen können. So. Uff geht's. So. So, mal ne Frage, lasst ihr denn euer Polonium und Plutonium Kram dauerhaft laufen und wird denn da auch genügend produziert? Weil das, was ich bei Calvin gesehen habe, sah ein wenig wenig aus. Wow. So. So, laufen wir hier lang. Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. We take each try as it comes. Okay. So. So, gott. So, gott. So, gott. Ha 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 So ha 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 Ich Hm 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 Let us hope we make it through without incident. That's just what I was thinking. If you are in need, I must serve. We have no means of exploding our enemies weakness. Yes. Oh. Stufe 8. Angriff auf Diebe. Oh Gott. Aber brauchst du nicht auch noch... Brauchst du Polonium und... Es kann sein, eins von den beiden Sachen, da bin ich mir grad nicht sicher. Das, was in diesen neural... ...neuralen Dingenskirchen da untergebracht werden. Ähm... Daaaa... Die, die brauchen Sonnenlicht. Ich sehe, dass unser Ziel verändert hat. Ich würde nicht präsumieren, dass wir unseren Kursen direktieren. Aber du kannst mich wissen, ob du eine Guide brauchst. Vielleicht hat der Arisen noch etwas mehr Pressing-Business. Fret nicht! Ich bin sicher, dass wir das irgendwann mal zurückkommen können. Ich habe einen Kursen gewonnen. Ich kann nicht einfangen. Ich weiß, dass du in den Kursen wiederhert hast. Ja, kein Problem, Digga. Okay. Okay. Sonst eine andere Idee wäre natürlich alles abzureißen und im Everbright wieder aufzubauen, weil da dauerhaft Sonnenlicht ist. Okay. 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 Jetzt nach rechts. Oh Gott, noch mehr. Okay. Ja. Bleib mit mir, Arisen. Warte gleich da. Dann erklär das mal, Calvin. Mal gucken, ob der der da Bock drauf hat. Nice. Oh, 23. Nice. Hm. Oh, wir hätten hier unten langlaufen müssen. Okay. Dann laufen wir wieder zurück. So. So. Weitere Käfer. Oh, ich bin schwer beladen. So. 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 Was ist das? Das ist für dich, Master. 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 Oh oh. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt ein... I have got two words for that performance. Utter perfection. Once more. Okay. So, das sieht hier irgendwie... Ganz jomisch hier alles aus. Was macht ein fucking Minotaurus hier? Oh. 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 einstellen. Zwar flackert der, wenn der schwarz wird. Okay. Look, Master. A treasure chest. You'll have to find a way to reach it. So. Dorf ohne Namen. Ja. 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 Was hast du denn, Feines? Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Die sieht mittlerweile geil aus. Okay. Was habt ihr denn hier noch so Schönes? Das war's für heute. Ja. Kann ich hier? Das war's für heute. Das war's für heute. Gefärbte Stoffmaske. Hm. Hm. So. 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 So.